Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play SmackDown vs. The Raw 2009. Die Road to WrestleMania mit Rey Mysterio und Batista. Nur noch neun Tage bis WrestleMania 24. Es dauert echt nicht mal lange, Freunde. Dann haben wir es geschafft. Und bei WrestleMania heißt es ja dann Batze gegen Rey Mysterio. Um die World Heavyweight Champion. Der gute Moritz ist auch wieder am Start. Hallo. Hallo. Der spielt nämlich Rey Mysterio. Ist der aktuelle World Champion. Und heute dürfen wir erscheinen in ein... Achso wir sind natürlich immer noch Tag Team Champions. Aber zuvor müssen wir jetzt noch in einem Handicap Match unser Können beweisen. Jeden Gegner sollen wir einen Finisher zeigen. So sagt jetzt der Hinweis. Ne? Ja. Genau. Und das werden wir hoffentlich auch hinkriegen. Mir kommt es so vor, die Tag Team Champions werden total... Also die Championship werden total außen... Außen vor gelassen. Morrison, Miz und Kali. Verpasse jedem einen Finisher. Heißt das je... Also... Ne, jedem irgendeinen. Wo ist er... So kann ich... Also... Ach ne... Finisher kannst du ja eh... Kann doch eh der legale Mannerring machen. Deswegen helfe ich dir mal wieder indem ich hier ein bisschen... Äh... Attacieren, ne? So. Ja... Remisterio... Winkali... Ja... Ich würde man sagen, wenn du einen Finisher gemacht hast, dann wechseln wir... Und dann nochmal... Und dann... 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 Wir müssen dann auch wirklich warten bis... Ähm... Bis der nächste reinkommt, ne? Und wir dann nach dem Finisher sollte normal sein, dass die dann irgendwie taggen... Ja... Du hast einen Finisher gemacht... Mach den mal eben... Ja... Schaff ich auch diesmal... Ja... Jetzt mal, jetzt mal... Oder kann ich sogar einen Finisher zeigen? Ja... Ich würde mal probieren... Tatsache... Ich kann auch einen Finisher zeigen... Ja... Ich weiß nicht ob er den erzählt... Ja... Das ist doch eh egal... Dann muss ich aufs Finale... Ach ja... Du brauchst das ja nicht... Nö... Ist mir doch egal... Spiel... 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 Schaff ich weiß... So, hier, Morrison. Haben wir sie da unten? Stimmt, stimmt. Es zählt halt nicht, wenn ich draußen mache. Egal, so, warte. So, Batista Bomb, jetzt haben wir allen einen Finisher verpasst. Und jetzt kannst du den ersten Pin nehmen. Na gut, bringt beim Morrison nichts. Oder willst du kommen? Ja, komm. Wenn ich das denn schaffe. Danke. Ich kann es doch. Jetzt könnte er einen Hot-Tag machen, aber hat er jetzt verkackt, ne? Hm, das bleibt so lange, bis er es merkt. So. Da kann ich so ein bisschen reden. So, und jetzt kannst du... Es ist wohl in Rot, deswegen kannst du mal bitte die anderen ablenken. Warte. Die anderen. Ich hab gesagt ja nicht. Sicher? Da konnte ich nichts machen. Ich meine, ich hab dir gesagt oder so. 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 Und hier ist der Reversal! Da ist der Reversal! Und hier ist der Reversal! Und da ist der Reversal! Jetzt heißt es Missfinisher? Ja, Skycrushing Finale. Ich verwechsel das immer mit. Und hier von Dean Ambrose ist Dirty Deeds, ne? Ja. Das ist ja total unterschiedlich. Andere geht auf den... Ähm. Andere geht auf den Oberkörper und andere geht auf den Kopf hoch. Ein... Von... Ähm. Der Move von Dean Ambrose ist ja vorher auch der Headlock Driver. Weil der wirklich gegen Headlock ist, wo er einfach auf dem... Ja. Er sah für mich immer so identisch aus. Mhm. So. Jetzt wäre cool, wenn du... Ja. Ich kann Carl ja nicht. Doch, das geht. Was? Ich müsste Mühe geben. Ne! Alter, aber auch genau. Genau. Reicht. Nice! Eintritt gegen Carl und er fliegt weg. Ja. Das war's denn hier mit dieser Smackdown-Ausgabe. Ja, geil. Mal sehen, ob es gereicht hat. Mal sehen, ob es gereicht hat. Alles andere würde mich enttäuschen. Ja, nicht ob. Aber wären mir eigentlich auch egal. Süß! So. So. Mal gucken. Mal gucken, was... Süß mit Double Z. Was hat sagt. Ja! Saturday Nights. Das ist eine Show aus den 80ern gewesen. Mhm. Eine geschichtsträchtigte Arena. Kann man sich anschauen. Jetzt auf dem WW-Network haben sie ja stark beworben. So. Das heißt, jetzt speichern. Dann haben wir nur noch eine Smackdown-Force Manion. Das heißt, wir schaffen bestimmt noch in dieser Episode. Und dann sehen wir uns morgen zu WrestleMania wieder. Mh. 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 South Park habe ich durchgeguckt. Mh. 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 doch mit tables matchen so probieren wird tables elimination der erste der erste kann mal gucken wie das hier funktioniert ich hier so richtig schlimm ist das noch nicht so viel und dann war es mit irgendwelchen finischern oder so kugel mal tutorial so standard aktion Leiter, Leiter Punch, Leiter, Leiter Finisher, TLC, Cage Mesh, Final Cell, Kampffähigkeiten. Ne, scheit mal langsamer durch, von vorne. Ne, ich muss ja bloß die gelben Dinge durchlesen. Ach, ich krieg das schon. Table Match EXP. Äh, auch nicht. Ne, grips auf die Leiter, wahrscheinlich genauso wie damit, oder was? 있는 Tag? grefe auf der Leiter... so, ja. Alles ist halt normal. Hmm... Tag Team... Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ne, müssen wir probieren. Trên oportunidad. Oh, bis der mal ein Grapple durchführt, müssen wir hier verlieren oder wie läuft das? Oder vielleicht ist es auch egal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ziehen wir das Match-Chain noch ein bisschen durch. Ich meine, wenn es nicht Illumination ist... Lass mich nochmal nackt, oder? Das ist keine Illumination. Nein, definitiv nicht. Ich wäre der Coupetilier-Tornado. Aber Ringo... Achso, ja. Okay, ja bestimmt nicht. Ich meine, ihr habt Fan von Illumination-Matches. Das bringt für mich eher spannende Aspekte ein und alles. Ich drück immer in die falsche Kontertaste. So, ich muss. Gut, rausgekommen. Ja. Das tut man hier im Ring. Und am Ende rappel ich den Taker. So, komm her. Ja. Was? Was ist da passiert? Wo warst du? Ich geh rum rum. Ich seh schon. Ich seh schon. Die Brothers of Destruction kriegen hier auch noch einen Chokeslammer. Kannst nicht eingreifen. Bei Fortin hätte man Fan nehmen können, ne? Ja. Haben wir leider hier nicht drin. Den kann man auch haben. Mit dem Barbed Wire 2x4. Gibt es so was noch in der WWE, wenn man sowas verwendet hat? Ja, war ja das. Mit TNA dürfen sie es. Ja, die sind ja auch TV-14. Die sind ja PG-Rated. So. So. Freunde. Freunde. Ich muss immer irgendwas schaffen. Das sieht aber aktuell nicht so gut aus für mich. Kommst du das? Kommst du klar? Also sag ich mal so. Ich stecke wenig ein, aber... Aber dann doch. Wir müssen sie dann noch durch den Tisch kriegen. Das ist unsere... Kriegen wir auch nicht. Ich glaube das ist total egal, wenn wir verlieren. Ob wir die Championships haben oder nicht. Ich hab mir so ein Ego, was sich durch Siege in Videospielen aufbaut. Nicht so wie andere. Aber wie kann ich denn, wenn ich den Tisch aufgebaut habe, ihn da ran ziehen? Ähm... Du musst ihn... Äh... Grappeln, ne? Mit der R1 und so. Und dann ziehen einfach mit der Linken. Okay, das ist klar, ja. Oder du... Oder du... Grappelst ihm so. So. Klappt so, ne? Ja. Und jetzt nochmal hoch. Und ich konnte. Ich meine, dass du einen Finisher brauchst, um den zu erreichen. Ich glaube, in S4 er acht hat er... Oder acht hat er... Oh lol. Und S4 er muss. Und S4 er muss. Und S4 er muss. Näh, na. Näh, na, na. Ich kann nicht mehr zu... Oh jetzt. Oh jetzt. Das ist schlisch. Hey, ich schlepp mich durch den ganzen Ring. Näh, ja. jetzt kommt er speichern ihn machen wir sehen ob das trotzdem geht bestimmt nicht wir sind da ich wollte mich durchschmeißen aber gedacht aber ich habe gleich auch schnell 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 Na, Alter. Ray Mysterio ist ein Bulldog. Den fand ich auch immer gut. Ich kriege ihn da nicht hin. Aber jetzt. Table Finisher! Oh nein, hat er gecontacted! Aber es gibt... Ich glaube, wir wissen aber jetzt wie es geht. Du kannst ihn halt auch raufpacken und dann auf ihn raufspinnen. Hier halt auch. Aber die werden gerne gecontacted. Jetzt macht er auch den Verloren. Fuck, tut mir leid. Rückkampf, wir müssen noch mal. Ach, guck mal, wie er ihn trägt. So, den Anfang können wir noch hier machen. Ansonsten müssen wir das in der Morgenepisode beenden. Okay, nochmal? Ja, komm. Jetzt wissen wir, wie der Bescheid geht. Dann besuchen wir uns mal eben einen Tisch aus. Da hinten ist er. Steht ja nicht mal mehr bereit. Ja, ich mach jetzt hier beide? Ey, coolen Tisch. Du machst das schwerer, ne? Ja, ich mach das schwer. Der ist schwer, der Tisch! Ist ja nicht schwer, wenn du... Oh, lol. Das geht auch nicht. Das ist cool. Ja, was denn? Na, wenn du so... Ja, so auf dem Turnbuck? Ja. Es geht viel besser noch als im Trey. Ja, da ist es manchmal echt schwer zu treffen, ne? Oder das auszuführen. So, come on, come on, come on. Ja. Hä, 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 hä. Äh, hä, hä. Äh, hä, hä, hä. Wie am ich denn hier? Oh, ja. Kräftiger wieder. Wir schätzen ihr selber, ne? Ja. So, immer gleich. Die Anni-Movs bringen so viel Ehr, dass man voll verleitet die wirklich gut zu machen. Oh, was ist das denn? Achso. Ich habe einen Schuck-Slam gemacht oder was? Ne, so ähnlich. So Rockbottom-Style-mäßig? Ja, ne, auch nicht. Von hinten. Achso, vor Nelson-Slam. Ja, genau. Was macht der denn da? Danzt da ein bisschen rum? So, jetzt kann ich Finisher machen, jetzt muss er bloß zu mir kommen. So, Table Finisher und gewonnen! Ging doch gut. Ging doch gut. Haben wir es noch perfekt getimed hingekriegt. Nice. Dann sehen wir uns perfekt. Ey, das passt total perfekt. Ist meine Festplatte fast voll. Schaffen wir aber gerade so noch. Das war ein Kampf, fast für ein Auftakt für WrestleMania. Hab voll getimed und dann sehen wir uns morgens WrestleMania wieder zum letzten Match. Ja Freunde, das war's denn hier mit der vorletzten Episode. Wenn alles gut geht oder so. Ähm, wir sehen uns morgen wieder. Ja, bei dem letzten Part wahrscheinlich denn von... Let's Play Smacked Up with Roger 2009. Rope to WrestleMania. Ja, Ray Visterio. Und Batista, die Tag Team Storyline. Die Tag Team Champions gegeneinander um den World Title. Bis morgen, Freunde. Ablog aus. Daumen hoch wäre cool. Euer Franz. Tschüss. Reعة. Tschüss. 1 B FF